Hallo alle zusammen. Ich befinde mich gerade auf einer kleinen Waldlichtung am Rande eines Waldweges. Wir sehen hier einige Weiden und der aufmerksame Zuschauer wird sich gleich denken, dass es hier vermutlich geeignet für den großen Schillerfalter wäre. Und so ist es auch, denn wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, habe ich euch vor einigen Monaten vorgestellt, wie man den großen Schillerfalter im Winter suchen kann. Ich hatte damals gesagt, ich werde noch ein Video nachreichen, wie man ihn im Frühjahr sucht und genau das möchte ich jetzt hiermit tun. Wie ihr schon wisst, ein feuchter Standort, beschattet und ja, wir sehen die Sonne kommt jetzt nur mal kurz hier auf diese Lichtung. Das ist nur ein kleiner Bereich umgeben von Bäumen und also perfekt für den Schillerfalter. Wir sehen hier eine Saalweide bzw. mehrere Saalweiden. Also hier sehen wir eine. Wir sehen hier gleich die nächste. Hier vorn noch ältere Exemplare und genau, also das passt perfekt für den großen Schillerfalter. Und wie gehen wir jetzt im Frühjahr vor? Ich hatte gesagt, die Methode ist relativ einfach. Und zwar schauen wir uns jetzt hierfür wirklich nur die Knospen an. Wir können erkennen, dass die Knospen von der Saalweide jetzt relativ spitz sind im Frühjahr. Sie sind noch geschlossen. Also das ist gut zur Suche. Und bei der Suche jetzt im Frühjahr konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Knospen. Den ganzen Rest können wir ignorieren. Wir stellen uns vielleicht unter den Baum oder ziehen uns ein paar Äste herunter und schauen wirklich nur jede einzelne Knospe an. Wir können also relativ schnell überfliegen. Und was wir suchen oder wonach wir suchen, sind Knospen, die so aussehen. Die quasi die Spitze abgefressen haben. Also sehen hier eine relativ schräg abgefressene Spitze. Und das an einem, an einer Knospen, oder auch an mehreren. Und wenn wir uns dann, wenn wir so eine Knospe gefunden haben, können wir den ganzen Arzt unserer Aufmerksamkeit schenken. Weil dann ist es meist auch nicht weit bis zur Raupe. Und hier sehen wir sie auch schon. Hier ist eine schöne Raupe vom großen Schillerfalter direkt an der Knospe eigentlich, die abgefressen ist. Also es ist eine sehr schnelle Methode, jetzt im Frühjahr die Rauben zu finden. Einfach unter einen Baum stellen, die kompletten Knospen abfliegen und wirklich einfach nur die Knospen suchen, die nicht mehr die Spitze aufweisen. Schillerfalter ganz typisch frisst immer nur die Spitze ab und so schräg. Also es ist wirklich eine sehr schnelle Methode und damit auch sehr effektiv jetzt für das Frühjahr. Und somit lassen sich sehr viele Äste in sehr kurzer Zeit absuchen und auch dem noch relativ viele Rauben finden. Genau, das war es schon wieder von mir und wünsche euch viel Erfolg bei der Suche.